ja johann willkommen zum neuen video wir zocken heute wieder trotter und ja auch schon gelächter zu sagen und wird jetzt noch viel spaß mit dem video das geht ja schon mal relativ gut los scheiße so jawoll sehr schön oh mein gott so hier jetzt einfach mal nicht runterfallen dankeschön krass was alles möglich ist ne nice hier muss man jetzt aufpassen dass ich da nirgendwo mit dem kopf gegenstoße jawoll sehr schön oh mein gott das war schon wieder so schlecht ey so ich hab vergesst die musik anzumachen habe ich jetzt halt eben gemacht ich denke mal ne minuten musik ist jetzt nicht ganz so schlimm und zack sehr schön oh alter hab ich grad fast runtergelaufen sehr schön und zack oh ich glaub ich hätte den boost gebraucht oder ja den hätte ich gebraucht jetzt kann ich hier nochmal irgendwie weg ne ok schade so zweiter versuch nein ah schade ok es ist jetzt schon mein dritter tot ähm bin ich mal gespannt wie das von vorn so jetzt verändert wird bruh kann ich bitte dankeschön ok man muss es jetzt nicht mit dem job machen hui hab ich da grad was übersprungen ok kein plan das war jetzt grad wohl so ziemlich die dümmste aktion die ich machen konnte ok neuer versuch scheiße ich bin nicht so schlecht in dem spielmodus ok ich hab jetzt wenigstens das first try ja sehr schön das war relativ easy würde ich mal behaupten so ähm ok ist ganz nice dass man die teile hier hoch machen kann aber der sprung der ist nicht so ganz nice fuck ist so nachdem ich jetzt dreimal gestorben bin so sollte das jetzt kein problem mehr sein so mein seattle wie es hier jetzt aussieht weiß ich natürlich nicht ja ok ich denke mal das ist durch sehr schön aber das hat jetzt gerade einfach mal keiner gesehen bitte alter komm ich da komm ich da rüber ich weiß es nicht probier es mal lieber so ok ich glaube das geht so nicht ok ok wäre wahrscheinlich gut gewesen den sprung in einem run zu machen oh war grad noch so geschafft und dann klar ja der erste sprung muss natürlich so hat er das ziel erreicht ja gut dann würde ich jetzt sagen kauf ich mal die sachen ein und wir sehen uns im pvp bereich wieder sehr schön schnapp ist zwei und knockback eins und knockback bin ich jetzt eigentlich gar nicht so schlecht so wir sind da nur fünf leute und lege ich jetzt oder lege er ok ok hallo ich baug fest hallo was ist das geil ich baue immer noch ok jetzt ich bin dankeschön was war das denn für mitstappen nie geklingelt ganz professionell alter auf wen geh ich denn jetzt der hat mich gerade gekillt scheiße was mach ich denn ich bin noch ein leben in der vorn schnapp ich mir hoffentlich nein oh mein gott ja das war eine erste Runde heute ist soll jetzt ausreden und wird sagen von der Zeit her schafften auch nur 2.1 so nicht nur pvp so jetzt sind wir gerade schon beim vierten Modul ich habe einfach nur die drei einfachen übersprungen weil dem ist man eh schnell fertig ähm schafft man das jetzt auch für erst try jawoll sehr schön bruh ok nächste versuch jo das hat auch gut geklappt ja sehr schön jetzt nur den jump hier nicht verkacken ah miss ok wir sind ja da vielleicht mal so probieren das könnte funktionieren jawoll sehr schön ok das sollte erstmal kein Problem sein bruh ich verkack's trotzdem ok ah soul center hier ich habe gar keinen Bock drauf oh nee wieso denn ja sieht gut aus würde ich mal behaupten come on so ich habe es jetzt gerade ich habe es jetzt gerade tatsächlich nochmal geschafft dreimal zu sterben war natürlich ganz nice aber jetzt haben wir es endlich ok könnte ein bisschen problematisch nein ich war doch dran ich war doch an der Leiter dran ja sehr schön wo geht es jetzt weiter ok hier an der seite ähm muss ich jetzt hier hinten hin nein scheinbar nicht ok ich glaube ich kann mich sogar noch hinten hin glaube ich ja kann ich ich habe es jetzt gerade schon mal abgekürzt kannst du das hier so aaaaaaah ok ich glaube man muss wirklich da hinten hin springen aber ich habe es gerade auch schon mal abgekürzt und super fähig bin ok Overwatch klar ich fahre natürlich bei dem Sprung sofort wieder runter muss ja sein ist ja schließlich die erste oh ich hätte gar nicht gedacht ich den uns geschafft hätte aber ok ach ja ich bin echt zu gut im jumpen dran ist jetzt näher dran ne was jetzt hat schon jeder das Ziel erreicht ach come on wie können die Typen denn so durch sprinten ich weiß noch nicht mal wo ich jetzt hier hergemusst hätte ok dann sehen wir uns gleich wieder ok wir sind hier und ich bekomme schon direkt auf die Fresse ich merke schon geil sehr schön kein einzigen Hit gelandet oh god wir sind eh mal wenigstens zu neun nicht zu fünf so wie vorher so kann ich ja nicht schlagen yeah ich hab nen Kill gemacht so viel Skill ok ich hab jetzt ehrlich gesagt kein Bock ich würde einfach krasse Equipment einzulassen von dem Typen der grad gefinisht hat ist ja niemand der wird ja wohl nicht viel Coins haben oder ich hab bei du lol ich hab by the way auch nicht viel Essen also gar kein Essen und ich bin gerade schon wieder gestorben läuft bei mir ich hab auch kein Knockpack auf mein Schwert bekommen darf aber wenigstens Schadness 2 ach komm ne nicht schon wieder der oh mein Gott sehr schön hab ich dem aber schon und gerade ne Krummrolle gedrückt muss ich sagen aber ich hab jetzt trotzdem keine Chance weil ich nix zu essen zum regenerieren hab alter bezogen zu ungünstigerem Zeitpunkt kannst auch nicht lecken lecken ja gut ich würde sagen das ist ein ganz geilter Zeitpunkt um schon mal die Verabschiedung zu machen weil ich glaube mit 2 HP überlebt man hier nicht so lange und dann kann ich auch sagen falls euch das Video gefallen hat lasst mir Feedback da und würde ich sagen wir sehen uns beim nächsten Mal wieder jawohl ok ciao bis zum nächsten Mal wieder